Das Auvisio Docking UKW-Radio erweitert Ihren iPod um ein komfortables UKW-Radio mit neuen Senderspeichern. Gleichzeitig dient es als praktische Fernbedienung. Ohne den Player aus der Tasche zu ziehen, steuern Sie ihn super bequem. Einfacher geht's kaum. Stecken Sie das Kabel an Ihren iPod und schon kann es losgehen. Über den Schieberegler an der Seite legen Sie fest, ob Sie MP3s aus Ihrer Sammlung oder Musik aus dem Radio hören möchten. Die Steuertasten im Ring lassen Ihnen alle Freiheiten. Egal ob Sie die Lautstärke regeln, die Wiedergabe starten oder unterbrechen möchten oder nach einer neuen Radiofrequenz suchen. Ihr iPod bleibt sicher verstaut, während die Fernbedienung alle Funktionen übernimmt.